1 1 YOLO YOLO Hallöchen, was geht ab? Willkommen zurück bei einer weiteren Runde von Minecraft Survival Games mit dem Simon spielt da hinten in der Ecke Hallöchen, ich seh dich Hier bin ich Achso, hallo Na, wie sieht's aus? Was läuft? Und jetzt verpassen wir nicht den Start 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, losrennen, losrennen Ich hab ein Schwert, ich hab ein Steinschwert Ich hab ein Steinschwert, ich auch Nein, ich werde einfach mit der Hand geboxt Wo bist du? Achso, äh Komm, wir schlagen gleich direkt die Ersten Hier wird gleich direkt, oh scheiße, hups Alter, komm mal her, du Penetrationskünstler Bevor du mich später schlägst, ja, kaputt schlägst Okay, warte mal, ich verfolge einfach den Wo bist denn du? Siehst du mich nicht? Ah, doch, da Hallo Simon Also meine Stimme ist kaputt, hallo Deine Stimme ist kaputt Das Körper lag Ja, ich seh schon, oh Gott, guck mal da hinten Guck mal den hier, den töten wir direkt Ja, klar Wir haben vorhin schon zwei Runden aufgenommen Probiert aufzunehmen Wir waren einfach scheiße, Alter Hast du ein Steinschwert eigentlich? Oh lol Oh lol Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Lol, ich hab die noch umgeboxt Mit einem halben Herz Junge, pass auf, pass auf Wehe, du stirbst jetzt Ohne Witz, ey Scheiße, direkt erst mal weg So, alter, scheiße, ey Pass bitte auf, wenn jetzt Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand Nein Da, hinter dir, hinter dir, hinter dir Da, da, er kommt angerannt Nein, er läuft weg Okay Weil ich kann Das war ein XP-Fesseln Ich kann nämlich Oh, ich hab TNT, das ist sehr gut Ja, ich muss eben erst mal mein Inventar hier aufräumen Ne Angel habe ich auch noch Ja, gut, PvP-Künstler Patrick kommt wieder raus, ey Scheiße, da kommt jemand Warte mal Ich, ich bring Scheiße, nein Der kann eh nicht viel machen Der war, ähm Hast du eine Hose? Ne, die hast Achso, doch, ich hab ne Eisen Pass auf, da Scheiße Da kommt einer, da kommt einer Oh Pass auf, da kommt der nächste Kill du ihn, ich kann Oder? Doch, 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 geht schon Oh Gott Der läuft bei uns Alter Hier ist ein Eisenbrustpanzer für dich Gib mal her, schmeiß rüber Hier noch Schuhe Wo, 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 alter Äh Kappe Ah, da Sehr geil Äh, Kappe hab ich schon Gold ist besser als Liga Ich weiß, ich hab's nicht gesehen Sehr gut Gott, bleib bei uns Das ist gut Da hinten läuft der nächste Ich hab aber nur vier Herzen Da laufen mehr Da kommt einer Okay, ja, dann Diese Runde richtig gut rausholen Weihnachtsmann Lebt noch Wo, Weihnachtsmann, wo Ach, Weihnachtsmann Wahrscheinlich heißt er Weihnachtsmann Und wird einfach nicht ganz angezeigt Wahrscheinlich Oder den Namen hat's schon gegeben Ja, gut Okay, man munkelt, man munkelt Äh Über den Simon spielt Munkelt man auch Jeden Tag Every day Am Shuffling und so Ja, äh, was machen wir jetzt? Wie viele Herzen hast du? Äh, voll Okay, ja, dann komm Wir können also losgehen Okay Ja, ist halt, ist halt Besser, wenn wir beide mit Full live da, äh, los reinen Als wenn wir jetzt hier so YOLO, YOLO, YOLO machen Alter, der Server lag wie ein Stück Scheiße Wie ein Stück Code Aber gut Code Code Warte mal, ich muss was essen Das Codewort ist Freaks AP Klar Oder Simon spielt Simon spielt Warte, das ist eine Kiste Das ist doch super Intro-Lied von dir, ey Simon spielt Bam Ja, genau Oh mein Gott, Alter Wie unfähig Ja Musst dir mal vorstellen Es hat wirklich immer so ein Intro So Simon spielt So richtig behindert Einfach nur So hört es sich so an Weißt du nicht Als hättest du irgendwie Keine Ahnung Was für Anfälle gehabt Beim Intro-Machen Vor allem schon, ey Hier sind Kisten Hier sind Kisten Oh, da sind Kisten Alle leer Alle leer Gekloppt, Alter Ohne Witz, ey Direkt schon wieder weggesneakt, ey Oh, wir laufen im Kreis wie die Behinderten Läuft bei uns Das ist aber leer Weihnachtsmann 4 wurde getötet Sorry Weihnachtsmann 4 wurde getötet Oh mein Gott Oh mein fucking goodness Okay, wie viel Es leben immer noch Da, da hinten ist einer Da, ich seh Da, ich seh Ich seh Da, er läuft Bei ihm läuft Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Da ist er Oh, das warst du Scheiße Ah, ich werde getötet Ich werde getötet Ja, geh weg von ihm Gut Oh mein Gott Oh mein Gott Brauchst du essen? Äh, nein Ich hab noch TNT für dich Ah, TNT hab ich schon Hast du irgendeinen besseren Helm als Leder? Warte, ich guck Äh, ja, hier Ketten Helm habe ich Ketten Was hast du für eine Hose? Ah, Eisen, okay Ja, ist alles gut Also ich bin ausgerüstet Oh, da hinten kommt der nächste Jodos Swagger Scheiße Da hinten ist er Kannst du mich kurz beschützen? Wie viel Leben hast du? Äh, keine Ahnung Äh, sieben Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er Okay, warte ich Oh Gott Pass auf Der Serverleck des Todes Deswegen Ja Oh, da war ein Diamant dabei Wir haben zwei Diamanten Wir haben zwei, nur eine Ich hab ein Diamant Ich hab ein Diamant Ohne Witz Ja, ohne Witz Jetzt Ich hab Sticks Ich hab Sticks Brauch nur Diamant Hab ich dir schon gegeben Ich brauch nur Diamant Alter So Jetzt müssen wir nur schnell noch ein Crafting Cable finden Scheiße, warte mal Ich muss mal ein Momentar auslernen Das ist so zu Ach du Scheiße Da hinten kommt der Ja, ja komm Komm Lass drinnen auslernen Da hinten kommt dann schon wieder der Nächste Komm, schnell mit Okay Ich lehre meins auch drinnen erst aus Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier drinnen Kommt man da rein Ja Ich habe das Gefühl, dass da drinnen ein Crafting Table ist Weil den könnten wir jetzt mal gebrauchen Dringend Richtig gebrauchen So Weil hier hinten Hier hinten kann man nämlich Warte, da hat gerade irgendwer geschossen Hast du das auch gehört? Scheiße Ja, ich habe das gerade gehört Da hat gerade irgendwer geschossen Irgendein Spackwater geschossen Warte mal Hier muss doch irgendwo ein Crafting Table sein Ey, ohne Witz Ich lehre mal eben kurz meinen Info aus Spawn ist Ja, mache ich jetzt auch Warte Wir machen das abwechselnd Weil sonst Sonst sehen wir dann nicht Wenn uns irgendwer kötet Dann Er kötet vor allem Tötet Genau Tötet Dann wäre nämlich ein bisschen scheiße, glaube ich Klein wenig Dann wäre Kacke am Dampfen, ey Klar So, wo bist du? So, jetzt warte kurz Jetzt mache ich Da kommt nämlich Ich habe nämlich gerade einen Namen gesehen Ich schwöre es dir Ich habe einen Namen gesehen Bist du noch hinter mir eigentlich? Ja, ich stehe hinter dir Ich bin am Eingang am gucken Oh, in 50 Sekunden ist Deathmatch Wir müssen irgendwie Scheiße, ey Warte mal Hier TNT noch Aber jetzt Crafting Table Wie viel Steam TNT hast du noch? Okay, raus hier Raus Wir müssen keine Teams im Deathmatch Deine Ma haben Wir würden sowas ja nie machen Ich nehme auf Oh, heul, heul, heul Oh mein Gott Wir nehmen natürlich nicht auf Nein Du bist der Einzige Ohne Witz Wir nehmen nicht auf Ohne Spaß jetzt Scheiße, ey Crafting Table Crafting Table Crafting Table Es kann doch nicht sein Dass die hier nirgendwo Ein Crafting Table Reingebaut haben, Alter Ich schwöre es dir Hier ist noch eine Kiste Leer Guck mal da hinten die Kiste Wenn wir das jetzt nicht mehr schaffen Ich Scheiße, wir schaffen es nicht mehr Ich raste, Alter Scheiße, wir schaffen es nicht mehr Oh nein, ey Scheiße Scheiße Scheiße, scheiße Diaschwert Gab's Nein Ist das du? Ja Ja, nein, 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 nein Oh Gott Das war gut Oh mein Gott Äh, sind wir Achso Hallo Hi Ja komm Das kriegt man Das kriegt man auch noch so hin Ohne Diaschwert Was ich mein Warum bann ich Wir haben ja nicht Ja, keine Ahnung Ja, was weiß ich Mir auch egal Yolo Komm Und jetzt aber Bleib hier, du Spacko Ich hab keinen Fall mehr Bei mir hat's gerade gelegt Ein bisschen In der Aufnahme Ich weiß nicht Ach, kacke, Alter Erstmal Oh Gott Jetzt hat's gelegt Lacked Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, ey Wie der die ganze Zeit rumrennt Ja, was soll er sonst machen? Ah, der soll kämpfen Kämpfen wie ein Mann Nicht wie eine Frau So Okay, jetzt Okay, jetzt warte mal Warte mal Ja, warte mal Gucken wir mal Warte Ja, cool Bann Du bist auch Bann Ähm, gut Wie viele Rüstungspunkte hast du? Äh, drei fehlen mir Wie viel hast du? Mir fehlen zweieinhalb Das heißt, ich zieh mir eine Kettenhose an Gut, jetzt fehlen mir drei Gut Äh, die verbrenne ich jetzt mal einfach Wehe, ich schwöre Ist dir, wenn du mich jetzt da rein Hä, ich komm nur von hinten Weil ich auch meinen Scheiß da reinschmeißen will Scheiß-Huren-Söhne Oh mein Gott Das sag ich meiner Mutter Ja, sag ich auch Ohne Witz Das ist krass Ohne Spaß Was hast du für ein Schwert? Ich hab ein Steinschwert Genauso wie du, oder? Okay, du bist voll generiert? Äh, ja Bin ich Hast du Bogen? Äh, ja Hab ich Schmeiß dir mal hier rein Ich hab nämlich keine Pfeile Äh, ich hab Pfeile Wir teilen, komm Okay Wie viel hast du? Neun, neun Du hast neun Ich hab neun Okay, das heißt Ja, äh, das sagst du zu mir Ja, wir sind beide Noobs Also mal sehen, wer gewinnt Drei Drei Zwei Zwei Eins Eins Jolo 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 Ach, die Scheiße Ah, geh weg mit deinem Scheißdienst Nein, nein Ich schwör es dir Nein, Alter Nein, nein, nein Geh weg mit deinem Scheißbogen Ohne Witz Nein, Scheiße Nein, ohne Witz Geh weg von mir Geh weg Nein, nein, nein Nein Ja, voll Ah, Scheißcode Alter Nein Oh, fuck, Alter Boah, Alter Das war echt ne richtig geile Runde Ja Muss man einfach mal sagen Und, ähm Dann würde ich sagen Schaut bei Simon Spiel Ja, äh, Simon Scheiße Warte nochmal Halt, halt, halt Ich hab mich versprochen Scheiße So, nochmal Schaut bei Simon Spiel vorbei So, meine Fresse Link ist, äh Ganz weit oben In der Videobeschreibung Ich glaub der zweite Link Führt zu seinem Kanal Und dann Würde ich mal sagen Ähm Ja Wenn euch das Video gefallen hat Eine positive Bewertung Wäre sehr freundlich Und Konstruktive Kritik Ja, genau Konstruktive Kritik In die Kommentare Und, äh Simons Kanal auschecken Link in der Beschreibung nochmal Und Dann Dankeschön Bis zum Zuschauen Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao